Hey Leute, ich bin's wieder, eure Genie von Paintomancy und heute zeige ich euch, wie ihr Detlef Tabletop Ready bemalen könnt. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr könnt jetzt einen kleinen Detlef als Figur erwerben. Der wird bereitgestellt von Tablehammer, den Link dazu haben wir mal unten in die Beschreibung gepackt. Die haben uns den ganzen gedruckt und verkaufen den über ihre Website. Er ist aktuell bis zum 5. November in einer Pre-Order-Phase. Da gibt's den dann ein bisschen günstiger, aber keine Sorge, wenn ihr das Video etwas später guckt, den wird es auch noch dauerhaft geben. Allerdings kostet er dann ein paar Euro mehr. Außerdem startet Tablehammer bald einen Kickstarter für alternative Modelle fürs Astra Militarum von 40K. Schaut da also auf jeden Fall auch mal rein. Ihr könnt drei verschiedene Versionen von Detlef kaufen und zwar einmal den Standard Detlef mit seinem Pinsel, einmal einen mit einem Bolter und mit Kettenschwert. Ihr könnt natürlich auch alle drei in einem Set erwerben. Ich habe mich für unsere Detleffe, ich glaube es ist Detleffe, entschieden, dass ich ihn wie unsere Zeichnungen bemale. Also quasi so, als ob er wirklich aus der Malerei entsprungen wäre und jetzt dreidimensional ist. Das bedeutet, dass ich relativ flache und sehr abgeschnittene Schatten mache und nicht sehr viel highlighte. Dafür brauchte ich aber erstmal den perfekten Grundton. Da ich nicht wirklich eine Farbe gefunden habe, die mich zu 100% zufriedengestellt hat, habe ich mir eine zusammengemischt. Und zwar aus 50-50 Violet und Blue Violet, beide von Valero. Mit dieser Grundfarbe habe ich ihn dann erstmal komplett angesprüht. Ich habe das eben schnell mit der Airbrush gemacht, aber ihr könnt das natürlich auch komplett mit dem Pinsel machen. Danach ging es erstmal darum, ein paar weitere Grundfarben aufzutragen. Für seine Haut und die kleine Schnürung am Hals habe ich ein Off-Black verwendet. Hierfür habe ich Rubber Black von AK benutzt. Ihr könnt aber auch eigentlich jegliches andere Off-Black benutzen, ob es jetzt German Grey von Valero ist oder Corvus Black von Citadel. Danach ging es darum, erstmal die Schürze weiß zu kriegen. Weiß ist natürlich jetzt nicht bekanntlich die angenehmste Farbe zu malen. Ich rate außerdem dafür ab, hierfür ein pures Weiß für den Start zu nehmen, da das einfach zu strahlend ist. Deswegen habe ich mich für Off-White von AK entschieden. Das ist aber auch ziemlich genau das Off-White von Valero. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Corax White von GW benutzen. Für die Schürze habe ich jetzt circa vier Schichten gebraucht. Ist eine etwas mühselige Arbeit, aber wenn ich direkt drei Stück in einer Reihe bemale, ist die Farbe schon trocken, wenn ich mit dem letzten fertig bin. Jetzt mache ich in das Lila die typischen Schatten von dem gezeichneten Detlef. Dafür benutze ich das Pure Violet, also die Farbe, die ich auch für den Grundton benutzt habe. Damit male ich einfach ziemlich genau nach der Vorlage der Zeichnung die Schatten an die Stellen des Detlefs, wo ich denke, dass die da eigentlich ganz gut aussehen würden. Man muss natürlich jetzt ein bisschen umdenken, da er ja jetzt dreidimensional ist und keine zweidimensionale Zeichnung. Hierbei sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass die Kanten hier schön scharf gesetzt sind, damit es diesen gezeichneten Comic-Stil bekommt. Als nächstes mache ich den Griff vom Pinsel. Und genau so habe ich auch das Kettenschwert und das Boltergehäuse gemacht. Dafür benutze ich als Grundfarbe erstmal Dry It Bark von Citadel. Das Ganze bekommt dann ein kleines Highlight mit Gothour Brown, ebenfalls von Citadel. Damit ich jetzt noch eine leichte Holzmaserung reinbekomme, mische ich mir Gothour Brown mit etwas Ivory. Und damit ziehe ich einfach diese ganz typischen Holzmaserungen nach. Da sind dann einfach ein paar schwabellige Linien, die dann mal so eine kleine Öse bilden. Highlight typisch, wie es auf Holz dargestellt ist. Damit jetzt die Schürze noch richtig zu Detlefs Schürze wird, müssen wir zwei Dinge machen. Zunächst müssen wir natürlich einen kleinen Schatten reinmalen und dafür habe ich Sky Grey von AK benutzt. Der Schatten bei Detlefs Schürze ist relativ mittig in einem kleinen Dreieck, ähnlich wie auf dem Kopf. Und einmal den leichten Rand oben an deinem Halskranz entlang. Und jetzt kommen natürlich diese ganz typischen Farbflecken von Detlef. Hierbei ist es mir besonders wichtig gewesen, die Farbtöne und auch die Klecksformen vom Original möglichst nah zu treffen. Denn wer aufgepasst hat, der wird vielleicht sogar merken, dass ich bei jeder einzelnen Zeichnung von Detlef exakt die gleichen Klecks auf seine Schürze mache. Also wollen wir das natürlich auch genauso übernehmen. Für die Schürze braucht ihr fünf verschiedene Farben. Hier könnt ihr natürlich einfach knallige Farben nehmen, die ihr zu Hause habt und zwar ein Gelb, ein Grün, ein Rot, ein Blau und ein Pink. Ich habe hier alle von AK benutzt und zwar Deep Blue, Sahara Yellow, Magenta, Blood Red und Deep Green. Das Metall an dem Pinsel und auch an den beiden Waffen habe ich ganz simpel einfach Black Metal gemacht. Und bei den beiden Waffen habe ich das Ganze auch nochmal mit Nullenöl getuscht. Beim Pinsel habe ich das jetzt nicht gemacht, denn ein Shade soll ja auch ein bisschen in die Rillen laufen und auf dem Pinsel sind keine Rillen. Dann wäre es einfach nur fleckig geworden. Zum Schluss fehlt noch beim Pinsel der Magiewirbel oben und dafür habe ich Dark Sea Blue, Turquoise, Blue Green und Off-White von AK benutzt. Angefangen mit Turquoise, damit habe ich erstmal die gesamte Pinselspitze bemalt. Danach habe ich mir ein bisschen Dark Sea Blue genommen und das unten in den Pinselschaft reingemacht und ein bisschen nach oben hin dann verlaufen mit Hilfe von Turquoise. Das Ganze mache ich jetzt auch mit Blue Green. Dabei benutze ich allerdings einen kleinen Trick, damit ich die Farben leichter ineinander arbeiten kann. Ich trage mir also erstmal etwas von dem Blue Green auf die Pinselspitze auf. Dann mache ich meinen Pinsel sauber und wische ihn auf meinem Papier trocken. Und dann gehe ich mit dem trockenen und sauberen Pinsel wieder auf die Pinselspitze des Modells und verschwimme die beiden Farben einfach auf dem Modell nass in nass miteinander. Das Besondere bei diesem nass in nass Blending hier ist, dass ich wirklich keine eigene Farbe auf dem Pinsel habe, sondern wirklich nur mit den nassen Farben auf dem Modell arbeite. Das Ganze wiederhole ich dann noch mit den helleren Tönen. Und zwar für das erste Highlight mische ich ca. 50-50 Off-White mit Blue Green. Und danach mische ich einfach nochmal einen gleichen Teil Off-White in das Blue Green Off-White Gemisch. Und schon sind unsere Deadleffe, Deadlefs fertig. Es war unglaublich spaßig, mein eigenes Maskottchen mal selber zu bemalen. Es ist wirklich ein so schönes Gefühl, dass eine Zeichnung, die man erstellt hat, irgendwann dreidimensional in der Hand hat und bemalen kann. Es war wirklich super schön, hat Spaß gemacht und ich bin richtig zufrieden mit dem Ergebnis. Ihr könnt natürlich eure Deadlefs auch jetzt bestellen und ich bin sehr gespannt, was ihr daraus machen werdet. Postet das doch einfach mal gerne bei uns auf den Discord-Server. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. An dieser Stelle vielen lieben Dank an alle unsere Patrons und insbesondere unsere Pain-to-Mancer und Pain-to-Warlogs. Und zwar Aruka, Diamond, Freddy, Frederik, Gotrik, Gonisson, Jan, Julian, Juxse, Korugawa, Marco, Shia-Lin, Armin, Don Vittorio, Dorian Wiesner, Freckel, Gunni, Halli Matsuda, I love you not, Kilian, Lord Cecilius, Matthias, Max, Michael, Nachtmarsenior, Nagaschur, Patrick W., Pingu Tobi, Sumsi und Thelian. Talion? Talion hat inzwischen geschrieben, wie wir ihn aussprechen sollen? Okay, ich sag Talion. Falls ihr uns außerdem kostenlos unterstützen wollt, schaut doch mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr Affiliate-Links zu unseren Partnern PKPro und Taschengeld Dieb. Und falls ihr regelmäßig bei Amazon einkauft, macht das doch auch einfach über den Affiliate-Link. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ja, 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 was sag ich denn da? Ja, das ist... Was hab ich denn hier von Brain-Lag? Hä? 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 Hä?